Musik Musik ...haben die Menschen acht bis neun Stunden vor den Wahllokalen gestanden ... ...schwierigen Themen einen Bogen macht und sich freut, wenn die Gerichte sich eine Weile damit beschäftigen, zu verbessern. Und da haben wir heute die Notwendigkeit, erstmal alle Schulen anständig ans breite Internet anzuschließen, da haben wir die Notwendigkeit, moderne Bildungsinhalte zur Verfügung zu stellen, aber da haben wir natürlich auch die Notwendigkeit, wenn die Kinder am Alter zwischen 12 und 15 Jahren perfekt auf dem Tablet und auf dem Smartphone zu den Lehrern kommen, dass die Lehrer so viel Weiterbildung bekommen haben, dass sie auch in der Lage sind, wenn sie vor 10, 20 oder 30 Jahren studiert haben, diesen Kindern didaktisch klug etwas beizubringen über die Welt des Internets.